Und dafür brauchen wir nur Eisen, okay. Also wenn wir die Verteidiger haben, dann verbessern wir noch die Kriegspriester. Ja, ein bisschen Wurzelber gibt es hier zum Glück noch zu holen. Ein Skelett Langbogenschütze. Kampfbereit! Also ja, Verteidiger sind das A und O unserer Zwergentruppe, da sie den Fernkampf haben. Und ich glaube, so ein Hammer ins Gesicht tut auch... Kampfbereit! Elfengut, weh. Verstanden! Für das Licht! Oha, kommt nur her! Nur zu! Die Ahnen rufen uns! Na los! Das ist euer letzter Fehler. Das ist eine Fralle! Das ist euer letzter Fehler. Die Rune befiehlt. Oh ja, das Levelverhältnis ist ganz okay. Noch mehr Verteidiger. Und ihr bringt mir schön Eisen. Und ihr mir Mondsilber. Das ist das gut. geht es los ok die ersten zehn verteidiger habe ich schon mal wie noch mal zehn ich habe halt sonst nicht den platz und da kommt schon die nächste angriffswelle was wünscht ihr alles klar schickt sie zum seelenfluss geht den armen wolf das bereichst du die ahnen rufen uns die rune die ahnen rufen uns was ist eine falle ruft was wünscht die ahnen rufen und meine axt wartet schon stehe bereit unverzüglich ok weitere verteidiger wir kriegen auch langsam die nahrung für das letzte upgrade hier nahrungsproduktion läuft supi also ja darf abgesehen davon dass die zwei keine verteidigungsanlagen haben als einziges volk ähm es ist immer noch mein lieblings volk in spellforce allgemein ich mag die einheiten ich bin so ein bisschen doof dass die kriegsprecher nicht ganz so funktionieren wie sie sollten ja und ich habe die schmelze etwas schlecht gebaut weil sie müssen immer zum schmelzer das eisen tragen das heißt sie müssen noch ein ganzes stückchen weiter laufen aber wird auch so irgendwie klappen so für noch mal fünf verteidiger habe ich das mond silber auf jeden fall noch da kommt wieder eine angriffstruppe naja da unten im tal werden wir dann unseren spaß haben da kommt nur her zu euren diensten ich weiß ich finde er die der wahl hier sieht so aus als ob man ihn runterbrechen könnte dass er die gruften zerstört oder die gespenste dort erschlägt oh letztes ding so also jetzt haben wir unsere beckerung auf 50 überhaupt geht nicht mehr weil wir können kein wir könnten schon irgendwohin quetscht glaube ich hier da außerhalb aber die ressourcen sie ist auch nicht gerade so extrem im augenblick dass wir uns das zu gebüte führen müssten aber da kommt der nächste angriff zu befehl kampfbereit so noch zwei verteidiger dann sparen wir mal das heißen zusammen das ist nicht angriff kommt nur her haltet durch männer feindlicher angriff hier nur zu vorwärts zwerge so und los das heißt wir können die sicherheitshalber mal speichern vorwärts schnell vorstoß wagen sofort mir nach und los vorwärts kämpft männer dann haltet männer mehr davon los nur zu mein befehl rodenkrieger zu mir vorwärts sofort so da ist die große armee der und sofort der geister für die rune schließt die reihen die ahnen rufen uns versuchts nur schlag sie zurück das ist euer letzter fehler das bereist du meine axt war mehr davon los versuchts nur lasst sie nur kommen zu befehl also ja die deckung schließt die reihen die ahnen rufen uns die rune ruft so dann boxen wir das den mal weg so die gäste haben wir schon achso das sind die beiden ja und das skelett können wir nicht plündern weil die bogenschützen hier zu nah dran sind folgt mir fein sofort geht es los kampfbereit und jetzt kommt allerdings der schlimmere teil oh hier ist übrigens a und hier ist äh gottstein skelett knochenkönig und ja da ist auch schon das portal nach fast holen folgt mir sofort überspeichern wir hier nochmal weil jetzt wird's oh jetzt wird's lustig die ahnen rufen uns das wollte ich nicht schließt die reihen woher haltet durch männer die ahnen rufen uns verstärken sie die deckung kommen meine axt wartet schon lasst sie nur kommen schlagt sie zurück was ist eine falle schlagt sie nur kommen das ist hinterher kommen das ist eine falle das ist euer letzter fehler vorsicht gegen das ok erstes zu bekämpfe gespeichert zweitens die ahnen rufen uns nicht ganz die souverän gemeistert auf mein zeichen und haben ordentlich erfahrungspunkte gekriegt dadurch lasst sie nur kommen scharfschützen und los noch ein guter lederhelm folgt mir ja vorwärts und wir haben schon stufe 14 erreicht die vorwärts geht so wie es